Guten Abend. Eine starke Regierung erlaubt das Singen verbotener Lieder, hat mal Wilhelm Busch gesagt. Heute habe ich folgendes gesehen auf Telegram. Dieser Kanal kann nicht angezeigt werden, weil er gegen lokale Gesetze verstößt. Oh, wir haben sogar schon Gesetze, die also Nachrichten verbieten. Wilhelm Busch hat das tatsächlich einfach so gesagt. Erlaubt das Singen verbotener Lieder. Leute, die sich ihrer Sache sicher sind, ob sie die Wahrheit gepachtet haben oder ob sie die Guten sind oder was auch immer. Die erlauben auch andere Stimmen, weil sie ja wissen, dass sie die Wahrheit gepachtet haben. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt könnte man das noch auslegen, ja, ist die Regierung nicht mehr stark genug oder... Ich meine, das ist aber nur sinnbildlich. Das hat Wilhelm Busch so gesagt. Und das meine ich sinnbildlich. Jetzt kann man sich darunter alles Mögliche ausmalen. Aber Leute, unterm Strich, es ist wieder mal, wie schon im Buch beschrieben, IQ ist nichts und Bildung alles. Die Ungebildeten, die schreien einen notfalls nieder oder brüllen oder bekämpfen oder sonst was. Weil sie wissen, dass sie eben nicht die Wahrheit und die Weisheit gepachtet haben. Naja, denken wir drüber nach. Gerne lese ich eure Kommentare. Aber was unsachlich, also nicht zur Sache beitragendes oder Schimpfereien, blöde Schmierereien, die lösche ich. Da bin ich nicht stark genug, mir diesen Blödsinn lang anzutun. Also, einen schönen Abend für euch und Leute, macht was, aber macht's gut.